Hallo und willkommen zur 28. Dieses Mal ein Tagesausflug nach Hemmoor, ein absoluter Kurztrip, zwei Taubgänge. Für Hemmoor relativ schlechte Sicht, aber dennoch wieder mal ein Erlebnis. Ich werde bei diesem Video auch relativ wenig Kommentare abgeben. So kann man dieses wunderschöne Gewässer viel mehr genießen. Also ich wünsche euch viel Spass mit Hemmoor. Bis zum nächsten Mal. Das war's für heute. 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 Das war's für heute.